Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen im badischen Staatstheater Karlsruhe zum romantischen Ballett La Sulfide in der preisgekrönten Inszenierung von Peter Schaufuß nach Auguste Bournonville. Mein Name ist Silke Mayer, ich bin Ballettdramaturgin beim Staatsballett Karlsruhe. La Sulfide erzählt die tragische Geschichte einer wahnhaften Liebe, die an der Wirklichkeit zerbricht. Und bettet sich somit vortrefflich ein in das aktuelle Spielzeitmotto von Wahn und Wirklichkeit. Mit La Sulfide vervollständigt Ballettdirektorin Birgit Keil die von ihr initiierte Klassikerreihe beim Staatsballett Karlsruhe. Der schottische Bauernjunge James erliegt ausgerechnet am Tag seiner Hochzeit mit Effi dem Zauber der Sulfide eines anmutigen Luftwesens. James lässt seine Hochzeit platzen, gibt für die Sulfide sein behütetes gesellschaftliches Umfeld auf und folgt ihr in ihr Reich. Eine geheimnisvolle, übernatürliche Waldlandschaft. Doch die Sulfide bleibt unnahbar und wehrt all seine Versuche, ihr körperlich näher zu kommen, ab. Verzagt wendet sich James an die alte, hinterlistige Wahrsagerin Madge, die ihm einen Schal überreicht, der die Sulfide an ihn binden soll. Doch als James ihr endlich das Tuch über die Schultern legen kann, ist die Katastrophe augenblicklich. Ihre Flügel fallen ab und die Sulfide stirbt. Im Hintergrund zieht ein Hochzeitszug vorbei. Effi hat indes James' Rivalen Gurn ihr Ja-Wort gegeben. James begreift, dass er mit seinem Versuch, das Unerreichbare besitzen zu wollen, alles verloren hat. Er bricht zusammen. Madge triumphiert. La Sulfide gilt als das älteste noch erhaltene Ballett. Bei der Uraufführung 1832 in Paris sorgte die Tänzerin der Titelpartie, der damalige Superstar Marie Taglioni, für Furore mit ihrem gleichsam schwerelosen Tanz auf Zehenspitzen. Aus ihm hat sich der heutige Spitzentanz entwickelt. Das Stück begründete die Ära des romantischen Balletts und etablierte das weiße Tütü als Standardkostüm der Tänzerin. Marie Taglionis anmutiges Luftwesen schuf zudem die Urform für die Willis, Schwanenmädchen, Bayaderen und andere schwebende Frauengestalten, die bis heute für das klassische Ballett stehen. Und erfüllte damit ein überaus romantisches Ideal. Denn nach den enttäuschenden Erfahrungen der Französischen Revolution und der Restauration durch den Wiener Kongress waren auch die Zuschauer der antiken Helden und Götter sowie der aufständischen Eidgenossen auf der Bühne überdrüssig und suchten im Theater vor einer hässlichen, grausamen Wirklichkeit, in eine bessere, unwirkliche Welt zu fliehen. Von nun an bevölkerten Märchengestalten und Zauberer, mysteriöse Geister und überirdische Wesen, Elfen und Nixen die Ballettbühne. Sie verkörperten die übernatürliche Welt, in der die Menschen beim Versuch, ihre Sehnsucht nach Glück zu stillen, meist tragisch scheiterten. Für die Darstellung des Überirdischen und Ätherischen war der Spitzentanz geradezu perfekt geeignet. Es ist der aussichtslose Konflikt zwischen dem Sehnen nach Glück und dessen Unerfüllbarkeit, der die Zeitlosigkeit und ungebrochene Faszination von La Sylphide ausmacht. Die Parabel über die Zerbrechlichkeit der menschlichen Existenz, sobald irrationale Momente die Oberhand gewinnen, hat bis heute nichts an Aktualität eingebüßt. Der dänische Choreograf Peter Schaufuss beruft sich in seiner 1979 für das London Festival Ballet, das heutige English National Ballet, entstandenen Inszenierung auf die Version, die Auguste Bournonville 1836 am königlich-dänischen Ballett in Kopenhagen herausgebracht hatte. Schaufussfassung wurde mit dem Evening Standard Award und dem Olivier Award, einem der wichtigsten Theaterpreise Großbritanniens, ausgezeichnet. Sie zählt zu den bedeutendsten Rekreationen des klassischen Tanzerbes im 20. Jahrhundert und steht bis heute international auf dem Spielplan renommierter Kompanien. Die deutsche Erstaufführung von Schaufussproduktion fand 1982 beim Stuttgarter Ballett statt. In der Titelrolle Birgit Keil, die mit ihrer Sylphid glänzende Erfolge feierte. Der Choreograf Peter Schaufuss entstammt einer dänischen Tänzerdynastie und ist durch seine Ausbildung an der Ballettschule des königlich-dänischen Balletts in Kopenhagen eng mit der Bournonville-Tradition verbunden. Gemeinsam mit seinem Sohn Luc Schaufuss hat er selbst die Schulung unseres Ballettensembles in der anspruchsvollen Bournonville-Technik sowie die Einstudierung der Karlsruher Erstaufführung von La Sylphid übernommen. Für das Bühnenbild und die Kostüme zeichnet der renommierte britische Designer David Walker verantwortlich. Mit einer großen Liebe zum Detail hat er historische Kostüme entworfen, die die bäuerliche schottische Mode im 19. Jahrhundert widerspiegeln. So darf denn auch der Kilt, der berühmte Schottenrock in aufwendiger Wickeltechnik für die Männer, nicht fehlen. Für die Sylphid und ihre Luftschwestern im zweiten Akt hingegen hat Walker ganz im Geiste des auch als Ballet Blanc bezeichneten romantischen Balletts weiß-grünliche Tüllröcke geschaffen, die in großem Kontrast zu den farbenfrohen Kleidern der Menschen stehen. Auch Walkers Raumgestaltung greift das Prinzip von innen und außen auf, von Zivilisation und Natur. So sehen wir im ersten Akt den Innenraum eines schottischen Landgutes, der für eine Hochzeitsfeier geschmückt wird. Im zweiten Akt eine geheimnisvolle Waldlandschaft als perspektivische Gassenbühne. Die Musik, die die Badische Staatskapelle live zum Klingen bringen wird, stammt aus der Feder eines dänischen Barons norwegischer Herkunft. Hermann Severin Löwenskjold schrieb sie im Alter von nur 21 Jahren als Auftragswerk für die Kopenhagener Uraufführung 1836. Im Laufe der 180-jährigen wechselhaften Aufführungsgeschichte haben das Ballett und vor allem seine Musik zahlreiche Änderungen erfahren. Passagen wurden gestrichen, gekürzt, neu zusammengefügt und durch Nummern aus anderen Kompositionen von Löwenskjold ergänzt. Selbst Stücke anderer Komponisten fanden in Folge ihren Weg in die Partitur. Für Peter Schaufuhs Neuinszenierung 1979 hat der dänische Musikwissenschaftler Ole Norling alle musikalischen Quellen nochmals gesichtet und Löwenskjolds Partitur neu bearbeitet. Schauplatz der Handlung von La Sylphide ist, wie eingangs bereits erwähnt, Schottland. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts galt Schottland als das exotische, utopische Land, auf das die Mitteleuropäer, ganz im Sinne des zentralen Gedankens der Romantik, ihre Sehnsüchte nach einer unwirklichen, besseren Welt projizierten. Nun ist Löwenskjolds Partitur sicherlich nicht nur ein Stück schottischer Musik. Aber der Komponist nutzt authentische schottische Melodien als Lokalkolorit, um die ländliche schottische Gesellschaft musikalisch abzubilden. Besonders markant zu hören ist dies im schottischen Tanz Reel, den im ersten Akt die Hochzeitsgäste tanzen, als die Feierlichkeiten schon in vollem Gange sind. In diesem Reel lässt Löwenskjold das Orchester den Klang traditioneller Dudelsäcke imitieren. Die Tänzerinnen und Tänzer stampfen den Rhythmus mit den Füßen mit. Ganz im Gegensatz zu dieser erdverbundenen, im wahrsten Sinne des Wortes bodenständigen Musik, steht das musikalische Porträt der geheimnisvollen, übernatürlichen Waldlandschaft im zweiten Akt. Hier sind die Sulfid und ihre Luftschwestern zu Hause. Es prädominieren die zarte Eleganz der Violine, die die Sulfid symbolisiert, sphärische Flötenklänge und die schwerelose Harfe. Auch die Choreografie arbeitet mit rein tänzerischen Abschnitten und mit pantomimischen Passagen, die in ihrer Intensität die Wirkung gesprochener Dialoge entfalten. Für die pantomimischen Passagen setzt Löwenskjold eine durchkomponierte, erzählende Musik ein. Sie mutet mit unerwarteten programmatischen Effekten und Imitationen von Naturgeräuschen wie Donnergrollen oder Windböen, mitunter wie Filmmusik an. Für die Tanzszenen verwendet er geschlossene, ebenmäßige Formen, die oft mit Wiederholungen arbeiten und die Melodie in den Vordergrund stellen. Der Tanz kann sich mithilfe der Musik zu Poesie erheben. So schreibt es Bournonville in seinen Memoiren »Mein Theaterleben«. In der äußerst fruchtbaren Zusammenarbeit mit dem Komponisten Hermann Löwenskjold bei La Sulfide hat sich dieses Credo auf überaus glückliche Weise eingelöst. Tauchen Sie nun mit uns ein in die wunderbare Welt des romantischen Balletts voller unerfüllter Sehnsüchte und schwereloser ätherischer Schönheit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017